Spektakuläre Zweikämpfe, kraftvolle Kicks und mit Sicherheit ein paar blaue Flecken. Das ist Australian Football, die große Leidenschaft der Hamburg-Dockers. Das Ziel des Spiels ist schnell erklärt. Es geht darum, Tore zu schießen, die wir hinter uns sehen. In der Mitte durch sind sechs Punkte, muss immer geschossen werden. An den Seiten durch ist immer ein Punkt. Ansonsten jede Menge Tempo im Spiel und versuchen den Ball so schnell wie möglich bis vor das Tor zu bringen. Footy ist ursprünglich ein australischer Nationalsport und eine Mischung aus Fußball und Rugby. Der Spielball darf nur geboxt oder gekickt werden. Das Werfen ist nicht erlaubt. Und dann sind da noch die nicht gerade zimperlich geführten Zweikämpfe. Es gilt also, den Ball schnellstmöglich weiterzuspielen. Wenn man den Ball hat, kann man von allen Seiten getackelt werden. Nicht wie im Rugby, da kommen alle immer von vorne. Sondern man kann auch von hinten getackelt werden. Dadurch muss man immer hellwach sein, das ganze Spiel durch. Und das Spiel dauert 80 Minuten. Da wird es teilweise schon schwierig. Es ist anstrengender als Fußball oder Handball spielen. Schnelle Bewegungen, Oberkörper, Unterkörper, mit den Händen, mit den Füßen. Die Leute müssen miteinander reden. Es ist also voller Einsatz gefordert. Umso beeindruckender, dass beim Footy auf Schutzkleidung verzichtet wird. Nur der Mundschutz ist stets dabei. Ein erhöhtes Verletzungsrisiko besteht dennoch nicht. Fabian zumindest ist seit fünf Jahren verletzungsfrei. Guckt man zum Fußball oder sowas, da hat man irgendwelche Grätschen. Da werden einem die Knöchel auseinandergenommen. Das gibt es dann bei uns zum Beispiel nicht so sehr. Also richtige, ernsthafte Verletzungen können schon vorkommen. Nicht ganz so oft. Ich persönlich habe jetzt am Ende jedes Spiels, tun mir meine Waden weh und ich kriege Muskelkrämpfe. In Deutschland gibt es derzeit sechs Vereine, die im Ligabetrieb aufeinandertreffen. Die Dockers sind dabei der einzige Klub aus Norddeutschland. Und trainiert wird zweimal die Woche. Die Leute sind alle herzlich willkommen. Und wir haben eigentlich auch jede Woche zumindest einen neuen Spieler, der es mal ausprobiert, ob es was für ihn ist oder nicht. Ich war, als ich 15 war, auf dem Schüleraustausch in Australien für drei Monate und habe das da so ein bisschen kennengelernt. Und zwei Jahre später habe ich es dann mal im Internet nachgeguckt, ob es das in Deutschland gibt. Und ich bin auf ein paar andere Leute hier in Hamburg gestoßen, die auch Interesse hatten, einen Verein zu gründen. Und dann haben wir das angefangen. Nächstes Jahr feiern die Dockers ihr 10-jähriges Jubiläum. Voll spektakulärer Zweikämpfe, kraftvoller Kicks und dem ein oder anderen blauen Fleck.